Wenn du erst neulich in eine Polizeikontrolle gekommen bist und du jetzt positiv auf THC getestet worden bist, dann wird wahrscheinlich dein Führerschein später eingezogen. Wenn du aber auf deinen Führerschein nicht verzichten kannst, dann schau dir dieses Video komplett an, weil ich dir hier einige Sachen erkläre und zeige, wie du deinen Führerschein trotzdem behalten kannst, obwohl du im Verkehr aufgefallen bist. Es sieht nämlich in Deutschland erstmal so aus, dass wenn du in eine Polizeikontrolle gekommen bist und du am gleichen Tag beispielsweise konsumiert hast, dass das Ganze ziemlich lange dauert. Was meine ich mit lange dauert? Bis diese Information, du hattest eine Polizeikontrolle, zur Führerscheinstelle gesendet wird. Das will ich einmal kurz in einem Zeitstrahl hier anzeichnen. Wenn das beispielsweise jetzt der Zeitstrahl ist und du stehst jetzt hier, bist aufgefallen in der Polizeikontrolle, dann dauert diese Information, bis sie zu hinten ganz zum Schluss zur Führerscheinstelle, kurz FSST, gelangt. Das dauert sehr, sehr lange. Was meine ich mit sehr, sehr lange? Vier bis acht Monate so im Schnitt. Es gibt auch einige Stellen, da dauert es sechs Monate. Bei anderen Stellen, Hamburg zum Beispiel, kann es auch ein ganzes Jahr dauern. Da dauert es einfach wegen der Verwaltung noch länger. Aber warum dauert das so lange und was hast du für Nutzen davon? Ganz einfach, wenn du jetzt hier stehst und du bist aufgefallen, dann machen die meisten Folgendes. Sie warten jetzt die ganzen Monate, bis irgendwas von der Führerscheinstelle kommt. Oder viele denken sogar, da kommt gar nichts mehr und das Ganze wird feingelassen. Und es kommen sogar unter Umständen Briefe, wo dann auch steht, dass es feingelassen worden ist. Da hat es aber gleich mehr. Was ist jetzt der chronologisch richtige Ablauf? Als allererstes würdest du hier Post bekommen von der Bußgeldbehörde. Du müsstest ein Bußgeld zahlen, 500 Euro, 800 Euro. Das kommt aber nicht immer. Das ist immer 50-50. Je nachdem auch, ob es eine Ordnungswidrigkeit war oder eine Straftat. Und vor allem auch, was für Werte da im Raum waren. Das heißt, es kommt nicht immer, dieses Schreiben. Was aber als nächstes kommt, ist immer das Gericht. Also du würdest Post bekommen vom Gericht, dass ein Verfahren entweder eingestellt worden ist oder dass es jetzt einen Gerichtsprozess gibt. Dann gibt es einen Gerichtsprozess immer dann, wenn du auch beispielsweise Betäubungsmittel auf Tasche hattest und die Polizei das gefunden hat. Dann gibt es einen Gerichtsprozess. Nur was im Blut zu haben, würde bedeuten, dass das Gericht das einstellen würde. Und dann bekommst du dazu auch Post. Und erst dann sendet das Gericht quasi alle Informationen weiter zur Führerscheinstelle. Das hier soll jetzt einfach das Gericht sein. Sieht fast aus wie ein Auto. Und das ist im Prinzip das Gebäude der Führerscheinstelle. Und die übersenden das dann zur Führerscheinstelle. Und dann erst zuallerletzt weiß die Führerscheinstelle überhaupt, dass du Scheiße gebaut hast. Und dann schicken sie dir Post mit der MPU-Anordnung. Und das ist der richtige Ablauf. Aber da sind riesige Wartezeiten dazwischen. Du musst verstehen, wenn dir Blut abgenommen wird, dann bist du nicht der Allererste, dessen Blut untersucht wird. Das können auch nochmal vier bis sechs oder auch acht Wochen vergehen. Bis überhaupt erstmal von der Polizeikontrolle ein Ergebnis da ist. Dann geht es zur Bußgeldbörde unter Umständen. Da dauert es auch wieder. Da wirst du auf den Stapel gelegt. Da liegen schon hundert andere Fälle vor dir, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Das kann auch wieder eine gewisse Zeit vergehen. Ebenso auch beim Gericht. Beim Gericht dauert das Ganze auch nochmal richtig lange Monate, bis der Fall überhaupt erstmal bearbeitet wird. Und danach geht es zur Führerscheinstelle. Und summa summarum hast du eine längere Wartezeit von vier bis acht Monaten im Schnitt. Oft, was die Leute verwechseln, ist, wenn vom Gericht ein Schreiben kommt, dass das Verfahren eingestellt wurde. Das verfreuen sich dann die meisten und sagen, boah, geil, da habe ich doch mal einen Führerschein behalten. Es kommt keine andere Strafmusik zu. Super, viele konsumieren dann auch wieder. Und das Problem ist, dass diese Schreiben oft so aussehen. Das ist ein Musterschreiben. Hier ist nämlich einmal ein Ermittlungsverfahren und Trunkenheit im Verkehr. Das heißt aber auch, wenn du mit Drogen auffällig wirst, ist es auch eine Trunkenheit im Verkehr. Hier steht im Prinzip, dass die Verfügung von 12.5. folgende Entscheidung getroffen hat, dass das Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr und des unerlaubten Betäubungsbesitzes von Betäubungsmitteln gemäß § 170 Absatz 2 SDPO eingestellt wurde. Das Verfahren wurde jetzt zur Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten an die Verwaltungsbehörde abgegeben. Und das ist der entscheidende Punkt. Das steht nicht immer in jedem Schreiben drin, wie das jetzt hier in diesem Schreiben drin steht. Meistens steht dann einfach nur, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Bis hier dieser Abschnitt. Und dann einmal nur mit freundlichen Grüßen. Das war's. Hier ist aber eine Version, die zumindest fair ist, damit Betroffene es auch verstehen. Hier steht nämlich ebenso, aufgrund gesetzlicher Mitteilungspflichten wurde vorstehende Entscheidung an folgende Empfänger mitgeteilt. Landeshauptstadt Stuttgart Führerscheinstelle. Das bedeutet, das Gericht hat der Person jetzt das Schreiben zugesendet, dass alles eingestellt worden ist. Aber zeitlich haben die der Person auch mitgeteilt, dass jetzt alles zur Führerscheinstelle übersandt wird. Und die Führerscheinstelle ist, wie gesagt, die letzte Behörde, die überhaupt weiß, dass irgendeine Sache gemacht worden ist. Und dann kommen die mit der MPU-Anordnung. Und wenn du gar nichts gemacht hast bis zu dieser MPU-Anordnung, also bis zu diesem Punkt hier, und du jetzt hier stehst und auf einmal dieses Schreiben bekommen hast, dann wirst du die MPU zwar machen können, hast aber weder eine Abstinenz noch eine Vorbereitung. Ergo, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass du die MPU gar nicht erstmal bestehst. Und dann ist der Führerschein futsch. Und was viel, viel smarter ist an der Stelle, ist, wenn du hier vorne stehst und du bist erst neulich aufgefallen, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, dann solltest du unverzüglich mit einer Abstinenz anfangen von sechs Monaten und mit einer Vorbereitung anfangen. Weil wenn du das nämlich getan hast und du parallel während dieser behördlichen Wartezeit, die hier oben stattfindet, du hier unten noch eine Abstinenz nachweist und noch die Vorbereitung besuchst und dann ganz am Ende das Schreiben kommt von der Führerscheinstelle, dass du die MPU machen sollst, kannst du sagen, okay, kein Problem, ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe die Abstinenz. Das bedeutet, wenn du dann, sobald dich die Führerscheinstelle auffordert, die MPU machen zu müssen, die MPU machst und sie bestehst, gibst du das Gutachten innerhalb der Frist der Führerscheinstelle ab und dann darfst du den Führerschein behalten, obwohl du im Verkehr aufgefallen bist. Welche Frist meine ich jetzt von der Führerscheinstelle? Sobald du Post bekommst von der Führerscheinstelle, steht da einfach nur drin, dass du an den und den Tag um die Uhrzeit aufgefallen bist mit den und den Werten. Dann hast du eine Gelegenheit, dich dazu zu äußern und du bekommst eine Frist, das ist meistens zwei oder drei Monate, nachdem du das Schreiben bekommen hast, wo du die MPU nachreichen sollst bzw. einreichen sollst. Und wenn du das außerhalb der Frist nicht machst, wird der Führerschein sofort eingezogen. Das heißt, du hast hier reelle Chancen, trotz Drogenauffälligkeit im Verkehr, deinen Führerschein behalten zu dürfen, dauer- oder langfristig vielmehr. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn du auf deinen Führerschein angewiesen bist, wegen Beruf oder dem Job oder auch wegen deinem privaten Leben, dann ist dieser Weg unerlässlich für dich. Wenn du sagst, komm, scheiß auf den Führerschein, ich möchte sowieso viel lieber noch weiter konsumieren, dann kannst du dieses ganze Thema irgendwann mal angehen. Aber für alle, wo es wirklich dringend ist, ist das der beste Weg, den Führerschein gar nicht erst zu verlieren und somit auch nicht finanziell in den Ruin zu stürzen oder abzustürzen. Und das ist der beste Weg. Wenn du mit mir einmal darüber sprechen möchtest, kann ich dir an der Stelle anbieten, dass du mit mir ein komplett kostenloses Beratungsgespräch buchen kannst. Das ist sehr einfach gelöst. Hier unter diesem Video ist eine kleine Videobeschreibung. Da ist ein Link, der führt zur Website und da kannst du dich in ein paar Sekunden eben eintragen. Danach rufe ich dich am Telefon zurück und dann vereinbaren wir am Telefon einen Termin zu diesem kostenlosen Videoberatungsgespräch, in dem ich dir genau erkläre, wie dieser Prozess für dich aussieht. Ich werde dir auch eben so zeigen, dass du auch mit sechs Monaten Abstinenz, wie in diesem Fallbeispiel, absolut auskommst, auch wenn andere dir sagen, zwölf Monate, die brauchst du nicht. Und ich werde dir genau sagen, wie diese MPU funktioniert und vor allem auch, wie du diese bestehen kannst. Deswegen trag dich eben ein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Alles Gute. Dein Dustin von der Firma Sedura Consulting GmbH. Ich würde jedem Sedura empfehlen, der eine MPU machen muss, der seinen Führerschein wieder zurückbekommen möchte, der sich nicht vorbereitet fühlt, der nicht weiß, welche Schritte zu gehen sind und der nicht weiß, was da alles dran hängt. Dem würde ich Sedura empfehlen. Bis zum nächsten Mal.